Internet-Erlebnisse. Soll ich euch mal so richtig feucht machen, Mädels? Verarscht. Das muss ich auch mal ausprobieren, da. Ja, da guckt sie. Guck mal, wie nervös die gleich alle werden. Geil. Alter, da kommst du ja nie wieder klar im Leben, wenn die ganze Pilze da essen durcht, ey. Ho, 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 der Tripp seines Lebens. Na, wieso lacht ihr eigentlich so dreckig, ey? Hat er den jetzt auf den Tisch gesoffen, oder vorher anständig durchgebürstet, ey? Ich frag ja nur. So, er hat ihn durchgebürstet. Okay. Ey, das war f... Ich weiß nicht, ich würde ja schon wach werden, wenn man jemand so eine riesen Box hier ins Bett drin stellt. So. Und wer will ja wissen, dass er grad furzen muss? Naja, ob das doch nicht gespielt war, ich weiß auch nicht, ey. Na, ob die weitergekommen sind, ist aber noch, äh, schwer fraglich, ey. Mutige Geschichte. Entschuldigung. Man, dass da alles so ruhig bleiben, ne, Hammer hat, ey. Kann ich wohl sehen, wie komische Leute heutzutage so drauf sind. Ich... Ich wollte ja wenigstens mal fragen, brauchst du Doktor, soll ich den Arzt rufen, ne? Alles noch klar, mein Freund, ne? Aber nö, ne? Naja... Ich... 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 Ich...